Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die UNESCO-Konvention von 1970 gegen die rechtswidrige Einfuhr, Ausfuhr oder Übereignung von Kulturgut endlich in wirksames nationales Recht umzusetzen, ist längst überfällig. Deshalb unterstützt meine Fraktion dieses Anliegen des vorliegenden Gesetzentwurfes. Das Kulturgüterrückführungsgesetz von 2007 hat sich, wie von der Linken bei seiner Einführung übrigens schon befürchtet und wie von Bund und Ländern einhellig im Evaluationsbericht von 2013 festgestellt, als wirkungslos erwiesen. Die erdrückenden Bilder der barbarischen Kulturzerstörung in Mosul, Hatra, Nimrud oder Palmyra machen mehr als deutlich, dass auch Deutschland endlich sich darum kümmern muss, den illegalen Handel mit Raubkunst und Artefakten aus archäologischen Raubgrabungen zu verhindern bzw. ihn wenigstens zu erschweren. Jedoch, das muss man auch sagen, es sind nicht nur Terrormilizen, die sich dieser Finanzierungsquelle bedienen. Auch vielen Menschen treibt die Planke nur dazu. Auch dagegen muss und dagegen kann man etwas tun. Mit humanitärer Hilfe, mit solidarischer Entwicklungszusammenarbeit und mit Programmen für Wissenstransfer, Ausbildung und Forschung. Für Letzteres gibt es bereits gute Projektansätze des Deutschen Archäologischen Instituts und des Museums für islamische Kunst mit Partnern vor Ort. Sie sollten in der ganzen Diskussion um den Schutz des gemeinsamen kulturellen Erbes nicht vergessen und ihre Finanzierung gesichert werden. Ausdrücklich unterstützen wir das Vorhaben, die Bestände öffentlicher Museen und Sammlungen generell unter Schutz zu stellen. Dafür hatte sich schon die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland in ihrem Schlussbericht 2007 ausgesprochen. Als öffentliche Bildungseinrichtungen müssen die Museen aber auch finanziell gestärkt werden. Mit mehr Fachpersonal, mit höheren oder überhaupt mit Ankaufetats, mit mehr Mitteln für den Erhalten der Pflege ihrer Bestände, mit einer abgestimmten Strategie für die Digitalisierung oder auch mit Optionen auf freien Eintritt. Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden, sage ich es deutlich, der Kunsthandel ist natürlich ein wichtiges Moment für die Kunst- und Kulturentwicklung. Die öffentlich inszenierte Empörung über den staatlichen Eingriff ins Eigentum oder das Reden vom Ende des Kulturhandelsstandorts Deutschlands sind aber unangebracht. Sie verdeutlichen eher, dass das Gesetz offenbar an der richtigen Stelle ansetzt. Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Gesetzentwurf klar regelt, dass NS verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut bei der Restitution von allen Ausfuhrbeschränkungen ausgenommen ist. Das ist deswegen enorm wichtig, da nicht nur wir hoffen, dass die angekündigte verstärkte Provenienzforschung und der seit langem versprochene Gesetzentwurf zur erleichterten Rückgabe von NS-Hauptkunst aus privaten Sammlungen endlich zu mehr fairen und gerechten Lösungen führen wird und es zukünftig mehr Rückgaben an die Opfer von Kunstraub bzw. ihre Erben geben wird. Es ist Zeit, dass nun endlich auch die parlamentarische Debatte zu diesem wichtigen Gesetzesvorhaben beginnt, mit einem eigenen Anhörungsverfahren, bei dem alle berechtigten Interessen gehört werden sollten, vor allem diejenigen, die bisher nicht ausreichend einbezogen wurden. Bei einzelnen Fragen sehen wir noch Änderungs- und Klärungsbedarf. So müssen manche Begriffe geschärft werden und der Geltungsrahmen einzelner Regelungen muss noch klarer gefasst werden. Dies gilt vornehmlich für die naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen und die dazugehörige Forschung. Uns ist hierbei wichtig, dass die Formulierungen klar und deutlich im Gesetz selbst stehen und nicht in einzelnen Hintergrundpapieren, wie zum Beispiel in dem zur Paläontologie, die nicht rechtsverbindlich sind. Insofern begrüßen wir ausdrücklich, dass viele der ursprünglich geplanten Verordnungsermächtigungen aus dem Entwurf genommen wurden. Beim Kulturgutschutz geht es um das kulturelle Erbe von uns allen und da sollten wir Abgeordnete auch mitreden dürfen. Wichtig ist für uns daher auch, dass die Sachverständigenausschüsse in den Ländern ihre Entscheidungen transparent machen und dass das Gesetz nach fünf Jahren auf ihre Wirksamkeit evaluiert wird. Wir sollten uns außerdem nicht davor scheuen, die Frage öffentlich zu diskutieren, was ist für uns, für unsere Gesellschaft eigentlich wertvolles, identitätsstiftendes Kulturgut. Dazu gehört auch, sich über die Verpflichtungen zu verständigen, die sich aus dieser Klassifizierung ergeben. Es geht dabei ja nicht nur um ein Etikett, sondern um den Erhalt, die Pflege und die öffentliche Zugänglichmachung. Und diese Diskussion muss eigentlich auch vor dem Hintergrund europäischer und globaler Zusammenhänge geführt werden. Hier im Bundestag und vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern. In diesem Sinne werden wir uns in die Debatte gern einbringen und vor allem darauf achten, dass wir am Ende ein wirklich wirksames Gesetz zum Kulturschutz erhalten werden und kein entschärftes Wien 2017. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.